Der Winter vor dem Tod eurer Mutter war echt hart. Delos Crossing war Monate eingeschneit. Straßen waren gesperrt und die Vorräte waren knapp. Alle traf es hart. Besonders Marianne. Ja. Sie kam immer nur gerade so durch. Und dieser Winter ließ ihr nichts mehr übrig. Selbst wenn die Leute ihr hätten helfen wollen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob sie es zugelassen hätte. Du sagst, Tessa hat unsere Mutter aufgrund von Versorgungsproblemen gemeldet? Tessa kam zu mir, weil sie ehrlich besorgt war. Klar. Von rechts wegen musste ich Tessas Beschwerde leider melden. Auch wenn ich es anders sah. Die Schlange geht vor, sich zu kümmern. Eine tolle Freundin. Fällt ihr einfach in den Rücken, wenn sie am Boden liegt. Tessa hat euch jahrelang geholfen. Ich bin sicher, dass ihre Sorge echt war. Ja, klar doch. Es ging also ums Gesetz. Klar. Warst du deswegen an dem Tag da, als sie starb, um sich vor dem Jugendamt zu warnen? Sie hat euch beide so sehr geliebt. Sie verdiente die Chance. Ich... Ich sah es nicht kommen. Sie... Ich weiß nicht. Es tut mir leid. Danke, Onkel. Was? Das ist Bullshit. Er hat nicht vergessen, deine Pflanzen zu gießen. Er hat gelogen. Vergiss es. Eddie, du zeigst immer mit dem Finger auf Tessa, aber... Du musst Verantwortung für deinen Anteil am Tod unserer Mutter tragen. Die letzten zehn Jahre habe ich mich wieder und wieder gefragt, was ich hätte anders machen können. Ich weiß, ich habe mich euch gegenüber nicht korrekt verhalten. Und ihr habt jedes Recht, wütend zu sein. Vater zu sein? Tja. Das ist verdammt schwer. Ich gebe mein Bestes. Und das möchte ich auch mit dir versuchen, Tyler. Wenn du willst. Ich bin offen dafür. Aber... Es wird noch etwas dauern, bis wir alle eine... glückliche Familie sind. Das verstehe ich. Es ist schwer, Vertrauen zu fassen. Doch hier hast du einen Platz. Umarmung? Äh, nein. Auf gar keinen Fall. Okay, ich muss euch jetzt glücklich rauswerfen. Der Teufel schläft nie, was? Oh ja. Ich bin teuflisch wie kein Zweiter. Wir sehen uns später. Oh mein Gott. Na, das lief besser, als ich befürchtet hatte. Sitzt ihr jetzt da, oder was? Alter, ich bin nur noch hier raus, aus Ihrem Haus. Oh mein Gott. Lange Geschichte. Hey, nicht vergessen. Alison. Was? Du fällst ja scheiße. Ach, und wieso? Weil ich mich auch scheiße fühle. Was machen wir jetzt wegen Tessa? Nichts. Hör zu. Wir machen gar nichts. Es reicht, Tyler. Mit Tessa sprechen? Warum? Wonach suchst du denn? Was soll sie dir sagen? Ich dachte, sie liebt uns. Wirklich? Chief Brown, ist es wahr? Ist sie... Oh mein Gott. Kinder, ich... Tessa. Tessa, du musst gehen. Kommt schon, Kinder. Alles wird wieder gut werden, hört ihr? Alles wird gut, ich verspreche es. Bitte geh. Du darfst nicht hier sein. Du darfst nicht hier sein. Oh mein Gott. 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 Wo sind denn alle hin? Tessa muss hier irgendwo sein. Redet ihr jetzt doch mit der Tessa oder was ist hier los? Ich glaube, ich höre was. Na, zumindest wissen wir, dass nicht alle einfach weg sind. Aber in Anbetracht dessen, wer da ist, bleibt die Begeisterung noch aus. Ich brauche meine Pause. Ich kaufe ein paar Sachen ein. Du suchst Tessa, okay? Geh klar. Was mach ich also? Ich schnapp mir mal 36 und B an. Was meinst du? Wir haben genug Unterschriften. Zumindest genug, um den Bau hinaus zu zögern und den nächsten Schritt zu planen. Planen wir doch ein Treffen mit der Alaska Wildlife Foundation. Die unterstützen uns vielleicht. Harold, ich muss Schluss machen. Sprechen wir bei unseren Treffen weiter. Ich werde wohl bald los können. Hallo, Tyler. Wie kann ich helfen? Hallo. Kann ich mit dir reden? Hey, ich hoffe, das passt euch gerade. Sagt mal, ist Tessa heute hier? Sie musste wegen einer Familiensache weg. Aber kann ich dir nicht vielleicht behilfen? Nein, kannst du nicht. Ja, vielleicht. Eigentlich. Ähm, wir waren auf dem Polizeirevier und haben einen Blick in Maryanns Fallakte geworfen. Okay. Nun, Tessa hat Maryanns im Jugendamt gemeldet. Weißt du davon? Flüchtig. Aber ich war nicht involviert. Ich hatte nicht wirklich was beizutragen. Und das wolltest du uns nicht sagen? Na ja, es kam ja nie wirklich einfach so zur Sprache. Und ich wollte kein Öl ins Feuer gießen. Hm. Und was war mit gestern, als wir im Laden direkt danach gefragt haben? Das war zwischen euch und Tessa. Ich halte mich aus Angelegenheiten anderer lieber raus. Aha. Warum kam Tessa in der Nacht aufs Polizeirevier? Sie hat euch zwei gesucht. Um zu sehen, ob es euch gut geht. Als sie hörte, was passiert ist, war sie fix und fertig. Wie hat sie so schnell davon erfahren? Ich weiß nicht mehr, wer angerufen hat. Du weißt, wie es ist. Nichts verbreitet sich schneller als Geheimnisse. Alle wussten es bereits fünf Minuten, nachdem Brown unterwegs war. Okay. Danke. Hör zu. Es tut mir leid, wenn... von den Leuten hier Widerstand kam. Das kann man sagen. Alison, du weißt es besser als jeder andere. Der Tod eurer Mutter hat in der Gemeinde eine Narbe hinterlassen. Ich will nicht behaupten, wir hätten etwas Vergleichbares durchgemacht wie ihr. Aber es hat uns die Grenzen des Vertrauens aufgezeigt. Tja, wenn wir die Grenzen des Vertrauens überwinden wollen, müssen wir uns der Sache stellen. Und das bedeutet absolute Aufrichtigkeit. Wir alle suchen Frieden, Kinder. Aber manchen fällt es schwerer, über die Vergangenheit zu reden. Nun, sagt einfach Bescheid, wenn ihr noch mehr Fragen habt, okay? Hey. Ja? Du hast mich gebeten, dich an dein Meeting zu erinnern. Also, tu ich's. Ah, ja. Ja, ich mach mich gleich auf den Weg. Äh, also, Kinder, war da... Sonst noch was, worüber ihr mit mir reden wolltet? Hast du hier Gerüchte über unsere Mutter gehört? Wie, wer unser Vater sein könnte? Also, ich bin jetzt keine Klatsch, Tante. Eure Mutter stand ein paar Männern nahe, aber ob einer davon euer Vater war, das weiß ich nicht. Interessant. Hört zu, ich... Oh je. Bitte. Entschuldigt mich. Ich muss jetzt echt los. Michael, könntest du dich um den Nagerraum kümmern und den Laden schließen? Ey, kein Problem, Chef. Bis später. Sehr interessante Neustadt. Wollt ihr beide mir vielleicht helfen und einen Nachmittag umsonst arbeiten? Nein. Warum nicht? Wir wollten ja mit Tessa reden und die ist nicht da. Ähm, sie ist gerade auf dem Friedhof, besucht ihre Eltern. Oh. Hey, wisst ihr was? Warum helft ihr mir nicht beim Ladenschluss? Und dann fahren wir zusammen rüber. Ich wollte eh meinen Onkel besuchen. Können wir nicht einfach hier auf sie warten? Ich... Ich muss da nicht unbedingt hingehen. Alison, wir müssen nicht an ihr Grab. Ich fang schon mal mit dem Lagerraum an. Tyler, kommst du danach? Sicher, gib mir einen Moment. Wo kam die Frage über unseren Vater plötzlich her? Ich hab mich nur gefragt, wer er wohl ist und ob er irgendetwas weiß, das uns in dieser Sache weiterhilft. Warum? Er war nie für uns da. Außerdem meinte Marianne immer, wir hätten keinen Vater. Ihr Name war zwar Mary, aber ich glaube nicht, dass sie der Typ für eine unbefleckte Empfängnis war. Eie. Hey, der Plan scheint dich nicht so zu begeistern, was? Ja, wie gesagt. Ich find's nicht so toll, zum Friedhof zu gehen. Sollen wir also nicht hingehen? Nein, das ist es nicht. Wir gehen ja, es ist nur... Ich muss erst mal mit meinen Gefühlen klarkommen. Okay. Ähm, entschuldige, dass ich frustriert war. So ist es eben, hm? Hab Spaß mit Michael und ich schließe die Kasse. Sicher, dass es dir gut geht? Ja, also geh schon. Hey. Okay, ich muss in den Lagerraum, um Michael zu helfen. Wo ist der Lagerraum? Ah, da hinten. Gut, da hab ich schon gezählt. Aber du kannst noch ein paar Dinge für mich prüfen. Es ist nicht kompliziert. Das hab ich in der Tasche. Ach ja? Weil du so verdammt gut bist? War nur ein Witz. Wo soll ich anfangen? Was soll ich tun? Okay, fangen wir mit was Einfachem an. Geh ins Hinterzimmer und... Sag mir, wie viele Dosen Tomatensauce von Molto Bene wir noch haben. Zu Befehl. Hinterzimmer. Der scheint aber auch recht arrogant zu sein, der Idiot, oder? Warte, lass mich zählen. Zwölf. Äh, ich seh 16 Dosen Tomatensauce. So viele? Nee, Quatsch, 14. Und hast du auch nur Tomatensauce gezählt? Ach, shit. Zu vorschnell. Es sind 14. Das lass ich dir durchgehen, weil du es bist. Scheiße. Mal sehen, wie das nächste läuft. Ja, ich... Zählen bitte die Bleichmittelflaschen für mich. Oh Gott. Ich hab falsch gezählt. Juhu. Bleichmittel... Warte mal, hier. Irgendwo kann das sein. Klar. Sechs. Okay. Nicht schlecht, Tyler. Aha. Nicht schlecht. Pass auf. Kann doch zählen. Sie geben mir noch deinen Job. Oh, den kannst du haben. Äh, und jetzt? Komm her und hilf mir damit. Oh mein Gott. Hier kann ich auch... 16. Kann ich sein. So. Was ist? Ich brauch deine Meinung zu diesem Meisterwerk. Hä? Soll das etwa ich sein? Ja, komm schon. Sieh dir die Haare an. Volltreffer, hm? Warte. Ehrlich? Wunderschön. Hey. Lach mich nicht aus. Tue ich nicht. Na, vielleicht ein bisschen. Aber ich mag es. Wirklich. Nun, es hilft, ein gutes Modell zu haben. Das hast du also getrieben, während ich deine Arbeit erledigt habe? Was soll ich sagen? Multitasking kann ich. Hey, Multitasker. Ich glaub, hier hast du was falsch gemacht. Sollten insgesamt 36 sein. Och. Wie kannst du es wagen? Was? Ich will nicht, dass du Ärger kriegst. Ja, hast recht. Steh etwas neben mir. Okay. Kann ich sonst noch was tun? Jep. Noch eine letzte Sache und wir können aus dieser Vorhölle entkommen. Dann los. Sag mir bitte, wie viele Stofftiere in der Kiste da drüben sind. In der Kiste. Okay. Also... Es sind noch etwa elf in der Kiste. Habe ich mich verzählt? Michael? Ah, was zum Teufel? Hey, sorry. Das war einfach zu verlockend. Regel Nummer eins in der uralten Kunst der Inventur. Immer besonders wachsam bleiben. Du hast keine Ahnung, worauf du dich einlässt. Der Erste mit drei Klantreffern gewinnt. Okay? Verdammt! Hab dich! Oh, komm schon. Ist das alles, was du kannst, Ronan? Wart's nur ab. Ich habe einen Plan. Ach ja? Wir werden sehen. Mhm. Komm schon. Haha. Hab dich. Noch ein Treffer und du bist raus. Spüre meinen Zorn. Mann, bist du kitschig. Das ist also ein normaler Arbeitstag bei dir? Nee. Für gewöhnlich habe ich dabei keine so hübsche Begleitung. Oh, also bin ich die hübsche Begleitung, ja? Ja, nun, freu dich nicht zu früh. Ich mach dich trotzdem fertig. Ähm? Hey, wir sollten das bald beenden. Dann komm schon. Mist, das war zu weit. Alter, jetzt reicht's. Mist, das war zu weit. Hm. Mist, das war zu weit. Mist, das war zu weit. Oh, Mann, du bist gut. Ich hab gesagt, ich hab deinen goldenen Arm. Daran werde ich jetzt nie wieder zweifeln. Oh, oh, okay. Okay, ich muss noch schnell die Inventur abschließen. Deine Schwester ist sicher schon fertig. Hier. Ab in die Ludergrotte. Die was? So haben wir die Couch genannt, auf der Alison und ich in der Pause abhängen. Ah, okay. Cool. Mal schauen, was ihr daraus gemacht habt. Hm, was passiert hier? Leute, 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 Leute. Hallo. Hallo. Ist das Chief Brown? Ja. Seid ihr verwandt, oder? Nee, aber im selben Clan. Ja? Welcher Clan? Oktopus-Clan. Moody das Raben. Ah, cool. Bist du eng mit den Leuten im Clan verbunden? Ja, wir stehen uns ziemlich nah. Ich mein, wir sind echt verstreut, also kenn ich nicht alle so gut. Aber sie sind trotzdem Familie. Mein Onkel William stand mir wirklich nah, bis er starb. Es ist sein Grab, das ich besuchen will. Oh, ja. Natürlich. Und fertig. Ich muss schon sagen, es ist echt schräg, den anderen Ronin zu treffen. Du meinst den OG Ronin? Ich wurde immerhin zuerst geboren. Ist das so? Alison meinte, sie war's. Tja, meine Mutter hat's uns nie gesagt, aber ich war's. Also, warum ist es so komisch, mich zu treffen? Naja, Alison hat mir deine Geschichte so oft erzählt. Sie hat mir alles über dich erzählt. Und Fireweed, deine Transition. Ich hoffe natürlich, das war okay. Ja, schon gut. Sie hat mich erst gefragt. Ja, ergibt Sinn. Das Mädchen ist gründlich und sie liebt dich sehr. Wirklich. Ich weiß. Also, ja, äh, neben Alison warst du wahrscheinlich der Erste, der es erfahren hat. Danke für dein Vertrauen. Und es ist toll, dich endlich kennenzulernen. In echt. Du bist cool. Du bist auch nicht so übel. Ich geb alles. Insbesondere, wenn ich wen beeindrucken will. Ich hab das nicht nur so gesagt, als ich meinte, du sollst mit uns nach Juno ziehen. Ich weiß. Ich hab ne Community da. Könnte auch deine sein. Hm. Dazu passen. Das ist eine Idee. Du hast keine Ahnung, wie gut einem so eine Wunschfamilie tun kann. Sie haben mir öfter Mut gemacht, als ich zählen kann. Versteh schon. Hey, kann ich dich etwas fragen? Na klar. Was? Warum willst du mich so sehr nach Juno bringen? Ach, hör zu, wie gesagt. Ich will dich kennenlernen. Etwa, weil ich so faszinierend bin? Ehrlich gesagt, ja. Du scheinst mir echt einzigartig, Tyler Ronan. Interessant. Also Donnerwetter, Michael. Ich find dich auch dufte. Du bist echt großartig. Halt die Klappe. Ich hab bessere Komplimente als das. Aber ich kann ja nicht mit den Besten starten. Schon gut. Also, krieg ich mehr davon, sobald ich dich besser kenne? Na klar. Wenn du daran interessiert bist. Kann schon sein. Ja. Oh. Hey. Ich stehe seit einer Stunde am Tresen und warte auf euch zwei dummen Köpfe. Seid ihr bereit zu gehen? Mhm. Ich denke, mehr Schaden können wir hier hinten nicht mehr anrichten. Ja. Gehen wir. Gehen wir. Ja. 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 Vielen Dank.